Karma Detox – Reinigung von den Geistesgiften Karma fällt nicht vom Himmel, sondern ist die Folge deiner Taten. Was eine gute Nachricht ist, denn du machst es, heißt ja auch, du kannst es ändern. It's up to you. An Möglichkeiten, gutes Karma zu schaffen, mangelt es nicht. Du kannst zum Beispiel weniger Fleisch essen oder gar keins. Wenn der Käufer dir versehentlich zu viel Wechselgeld rausgibt, kannst du es ihm einfach zurückzahlen, statt dir innerlich die Hände über ein paar Euro zu reiben, die dir weder zustehen noch dich glücklicher machen werden. Drängle andere Autofahrer auf der Autobahn nicht in die Verzweiflung. Tritt nicht nach kleinen Hunden. Bei großen folgt Instant Karma. Oder hör auf damit, deine Gemüsebeete mit Gift zu besprühen. Apropos Gift. Wenn du etwas über die Wurzel allen Übels, über die Ursache aller unseligen Handlungen, die unsere Welt zu einem ungemütlichen Ort und uns selbst zu unglücklichen Menschen machen wissen willst, dann solltest du vielleicht die drei Geistesgifte kennenlernen. Unter dem Begriff Geistesgifte werden im Buddhismus besonders schädliche Einflüsse auf unseren Geist zusammengefasst. Die drei Geistesgifte sind verantwortlich dafür, dass es uns so schwerfällt, uns selbst oder andere mitfühlend und gütig zu behandeln. Sie blockieren uns den Weg zu Gelassenheit, Leichtigkeit und Lebensfreude und rauben uns die Möglichkeit, zu wachsen und ganz wir selbst zu werden. Die drei Geistesgifte bereiten den Nährboden für alle unheilsamen Handlungen und wirken sich fatal auf unser Karma aus. Sie heißen Hass, Gier und Verblendung. Und jeder von uns kennt sie sehr gut, wenn sich auch je nach Persönlichkeitstyp verschiedene Geistesgifte mehr oder weniger stark auswirken und sie dir vielleicht unter anderen Namen bekannter vorkommen werden. Hass oder auch Wut, Ärger, Ablehnung, Unzufriedenheit, Feindseligkeit, Unversöhnlichkeit oder Rachsucht. All diese destruktiven Gefühle und Stimmungen sind Varianten über ein einfaches Thema. Wir bekommen etwas, das wir nicht wollen. Wir finden uns in einer Situation wieder, die wir nicht akzeptieren können. Wir begegnen einem Menschen, den wir nicht mögen. Wir kämpfen gegen uns selbst, weil wir Eigenschaften in uns haben, die wir für schlecht halten. Das eigentliche Thema von Hass und seinen unseligen Verwandten ist also Ablehnung oder mit anderen Worten ein inneres Nein, das soll, darf nicht so sein. Und natürlich führt diese abwehrende Haltung zu Anspannungen in Körper und Geist. Wir wollen uns schützen, wollen etwas oder jemanden abwehren, wegstoßen und sei es auch nur eine andere Meinung, die uns nicht passt. Wir sind im Kampfmodus und angestrengt, wodurch wir uns nicht nur die Laune verderben, sondern auch unserem Immunsystem schaden und ein hässliches Gesicht kriegen. Die Ursache unserer Abneigung und übertriebenen Abgrenzung liegt immer darin, dass wir uns selbst als isoliertes Ego empfinden, das wir gegen die Welt und die anderen behaupten müssen. Hass hat noch nie Hass überwunden, doch Liebe überwindet Hass. Dieses Gesetz besteht seit eh und je. Auch du wirst eines Tages sterben, wenn du das erkannt hast. Wie könntest du da noch streiten? Buddha Das Gegenmittel liegt auf der Hand. Wir müssen immer wieder üben, loszulassen. Vor allem in Situationen oder mit Menschen, die unsere Abneigung wecken, sollten wir versuchen, uns nicht zu verschließen, sondern uns zu öffnen. Indem wir uns unserer Verbundenheit mit allen Menschen bewusst werden, wird es uns leichter fallen, Mitgefühl und Güte zu entwickeln. Gier Oder auch Verlangen, Habgier, Sucht oder Begehren, Wollust, Rausch oder Triebhaftigkeit Hinter jeder Form von Gier steckt ein einfaches Problem. Wir wollen etwas haben, was uns fehlt. Oder genauer gesagt, von dem wir uns einbilden, dass es uns fehlt. Wir sehnen uns nach Anerkennung. Wir wollen unbedingt Schokolade, Sex, Drogen, Geld, Likes auf Instagram oder das Hotel mit der größten Auswahl am Frühstücksbuffet. Und zwar sofort. Denn Gier duldet keinen Aufschub. Während Hass eine abwehrende Geisteshaltung repräsentiert, offenbart Gier eine anhaftende. Ohne ein Gefühl des Mangels würden wir keine Gier verspüren. Wenn wir die Fülle in unserem Herzen noch nicht erfahren haben, suchen wir eben auf materieller oder sinnlicher Ebene danach, auch wenn wir ahnen, dass hier kein Blumentopf zu gewinnen ist. Denn echte Befriedigung lässt sich in der sinnlichen Welt nicht erlangen. Oder wie es im Song der Rolling Stones heißt, I can't get no satisfaction. Und so sehr Mick Jagger es auch versucht, die Phrase But I try kommt im Song sehr oft vor, wirkliche Zufriedenheit können wir nun einmal nicht im Außen finden, dafür müssen wir nach innen schauen. Der Mensch leidet, weil er die Dinge besitzen und festhalten will, die ihrer Natur nach vergänglich sind. Buddha Als geeignete Gegenmittel gegen Gier und Verlangen gelten im Buddhismus Großzügigkeit und Mildtätigkeit. Und auch die Erkenntnis, dass wir in dieser Welt keinen noch so schönen Schatz finden werden, der Bestand hat, kann unser Festklammern an den Objekten des Begehrens lockern und uns mehr innere Freiheit schenken. Verblendung Oder auch Täuschung, Verwirrtheit, Unwissenheit, Dummheit, Oberflächlichkeit, Illusion oder Kopflosigkeit. Das Dritte der drei Geistesgifte ist am schwersten zu überwinden, denn wie sollen wir ein Problem lösen, wenn wir es gar nicht als Problem erkennen? Verblendung führt dazu, dass wir das Unwesentliche für wesentlich und das Wesentliche für unwesentliche. Wir verwechseln die Glasperlen mit den Diamanten. Wir legen großen Wert auf Dinge, die in ihrem Kern wertlos sind, auf Ruhm, gutes Aussehen, schöne Kleider, Reichtum, Ehre und gutes Image. Unwissenheit ist auch die Ursache dafür, dass wir unsere Meinung für die einzig Richtige halten. Täuschung führt dazu, dass wir uns selbst aber nicht nur mit unseren Meinungen, sondern auch mit unserem Körper oder Besitz verwechseln und ständig fragwürdigen Zielen hinterherjagen. Und Unwissenheit oder Dumpfheit ist auch der Grund dafür, dass wir die Stimme unseres Herzens nicht hören können, weil wir gar nicht erst auf die Idee kommen, einmal anzuhalten und zu lauschen. Gegen das Geistesgift der Unwissenheit helfen nur Erkenntnis und Weisheit. Dummerweise können wir beides nicht direkt herbeiführen, so wenig wie wir Erleuchtung machen können. Den Weg allerdings, durch den wir tiefe Einsicht und innere Klarheit finden und uns vom Schleier der Unwissenheit befreien können, den hat Buddha sehr konkret beschrieben. Es ist der Weg der Achtsamkeit und der Güte, die wir in der Meditation ebenso wie im Alltag entfalten können. Untertitelung des ZDF, 2020